Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute machen wir Pandy Neon. Endlich ist es soweit. Ich habe ihr gerade eben eine Fly Potion auch noch gegeben. Das heißt, wir werden gleich einen Fly Ride Neon T-Rex haben. Wenn wir dann noch Zeit haben, werden wir uns auch noch Ofas für den anschauen. Deshalb gehe ich jetzt erstmal zu dem Neon Wachding, zu der Cave. Und mache ihn endlich Neon. Penny, du wirst jetzt ein Neon sein. Dann mache ich ihm noch mein Baby Penny. Penny Junior. Und Not for Trade. Ach so, Lotter 12 ist auch das noch dabei, ja. Und ich habe einen Neon T-Rex. Ey! Ey, das ist meiner. Ja, das ist die Lieder. Ich kann ihn nicht verwachen. Aber gut. Jetzt heißt er auch wieder Penny. Und er muss jetzt ganz dringend diese coole Sonnenbrille anhaben. So, und jetzt gehe ich in die Mitte und gucke mal, wie die Leute reagieren. Werde ich viele Trades bekommen? Ich glaube schon. Ein, ein, ein. Frost Dragon. Mein Dream Pet. Ich biete das da beides an. Nein. Ich weiß, dass er sie machen wird. Hallo? Der kriegt das doch nicht gerade? Ich bin doch nicht komplett bescheuert. Und übrigens sind wir gerade in einem richtigen Rich-Server. Da war kein eben Frost Dragon. Das würde ich jetzt nicht sagen. Da war ja eh bald in einem Rich-Server. Ja, kann eben bald in einem Mega-Rich-Server. Da war ein mega neuer King B. Und ich habe auch einen mega neuer Shot of Dragon gesehen. Und jetzt sind wir in einem, ja, was soll ich sagen, kein guter Server. Ich werde übrigens irgendwann mal meine Snow-Owner machen. Aber das dauert noch, weil ich die noch auslippeln muss. Ich glaube, aber in diesem Server werden wir keine guten Offers bekommen. Oh, das ist schon nicht. Warte, da hat mir jemand eine Handelsantrag geschickt. Wie steht es mit dir? Ein Fly-Ride-Penguin. Sorry, aber nein, das ist, nein, auch nicht mit den Servos, nein. Und der hat selber abgelehnt. Hallo? Die war viel zu, die hat viel zu schlechtes Offer gemacht dafür. Ich werde die jetzt einfach mal an. Amelia Cookie. Ich habe die jetzt einfach mal an. Ich habe die E-Fan. So, ich bitte das dann und das dann. Äh, nein. Äh, nein. Äh, nein. Noch nicht mal für meinen normalen T-Rex würde ich das machen, okay. Äh. Ich könnte da beiträgen. Warum steht das sonst in die... I can't. Er hat Trades-Offs. You have Trades-Offs. Jetzt bin der doch Trades-Offs hat, wie soll ich denn mit dem dann traden? Ich würde es eh nicht für seinen Unicorn machen. Ja, jetzt. Äh, ja, wow. Das leidt er einfach. Ja. Ich dachte, er wollte traden. Wow, ist er already in the trade. Nur gerade, aber... Irgendwann hat er kann man auch... Der wollte mit mir traden. Der hat so einen Neon-Nuni. Aber ich würde es eh nicht für meinen T-Rex geben. Nein. Nein. Mein T-Rex ist limited, okay. Ah, sorry. Penny, mein Schatz. Ich tradet dich nur für was richtig Tolles. Und ein Unicorn, weiß ich nicht. Ein Kangaroo. Nein. Nein. Fällt Flywright Kangaroo, weiß ich nicht. Ne, wollte ich nicht. Ne. Ich weiß nicht, dass ich mich jetzt nicht so was... Ah. Ah. Ich versuche es mit einem Golden Dragon. Kann das sein? Ich vergiss es. So, äh. Hat dir irgendjemand noch was Gutes, die traden? Seien wir jeden mal an. Äh. Eine Flying Bucket. Nein. Oder auch keine Witches, keine Roller. Nein. Ich glaube, die versuchen jetzt noch verzweifelte Sachen dazu zu machen, tatsächlich. Äh, ja. Ich glaube, in diesem Jahr werden wir nichts Gutes mehr bekommen. Deshalb beende ich das Video. Bis zum nächsten Mal. Wir werden irgendwann mal in einem anderen Server schauen, was die uns für Penny geben. Deshalb. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.